Scheiß drauf, Wohnzimmer, Atmosphäre, wo gut ist. Halbherzig ist das Ding auch wieder nach oben gezogen. Alter, es ist schon wieder so kass. Pass mal auf. Die Wurzüge sind hier immer mit drauf, oder? Noch Fragen? Ja. Du musst es ja in einer gewissen Verzögerung sehen. Aber es ist echt unmenschlich, ey. Was macht denn der Rechner hier wieder? So. Waren, Alter. Wie lange braucht der denn, ey? Yay. So. Das sieht doch alles echt aus. So. Und wir hatten ja vorher den neuen Charakter da. Und hier bei die Waldfrau. Das sieht so aus, als ob du schwitzt. Ja, ein wenig. Ich brauche immer noch meinen Charakternamen. Bist du gleich. Und zwar wirst du mit Sicherheit in die Gilde eingeladen worden sein. Ja, ich bin in der Gilde drin. Ich bin in der Gilde drin, aber so viel weiß ich aber. Dr. Olom. B-O-C-T-O-R, Freizeichen, großes O, ne? Und so weiter. Also großes B-O-C-T-O-T-O-R, Freizeichen, O-Lom. Freizeichen? Ja. Doktor, Freizeichen, O-Lom. Und jeweils vorne. Wo habe ich mich genannt, ja? Einige Felder sind ungewöhn. Das ist schon mal. Geri, ich habe uns einen Angelfisch besorgt. Wunderbar. Perlen Farmen. Eddie, eigentlich müsstest du, bist du schon ingame, oder? Ja, ja, ich habe dich auch hier schon rumlaufen sehen, glaube ich. Denn, ja, geh mal davon aus, dass wir beide in dem Spiel die einzigen hier sind. Also ich habe alleine nichts weitergespielt. Da, du bist, äh, Zauber-er. Ah, ja. Komm mal zu. Es ist schon wieder so lange her, ich habe das alles schon wieder, ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Ich glaube es nicht. Okay, toll. Ey, wie lang ist das alles her? Es ist noch nicht wahr. Oh, ich habe den richtigen, ich habe es, ich bin drin. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, Passwort, ja? Ja. Sehr geil. So, ich mache noch mal hier ein bisschen alt-Tabulateur. Äh, einmal kurz bei Betty rauf. Der hier irgendwie... Ich habe es schon wieder ausgemacht, weil jetzt das ganze, äh, blabla und, äh... Ja, schreibe ich nachher raus, ist aber egal. Gut, ich hole mir gerade noch mal ein neues Bier. So, mach mal. Ich habe ja auch gleich, bevor es losgeht. Ah. Hey. Ich sage mal Martina kurz Bescheid, wenn sie ganz viel Langeweile hat. Ich kann es ja auch übern gucken. Genau. Ach, wozu? Ach, so. Da läuft es. Da habe ich Pause. Das ist dann. Da. Okay. Mensch, sechs Zuschauer hast du schon. Was bin ich denn hier? Wer ich? Ach so, ja. Meinst du mich jetzt oder was? Ja, ja. Ich war gerade bei dir drauf. Also werden sechs Zuschauer angezeigt. Keine Ahnung. Ja. Oh. Ne, das ist eher... Ne, bin ich nicht. Dann sage ich erst einmal ein freundliches Hallo zu, oh Gott, CBWCM, whatever, und Asmaestro Calisto. Nembilim, Moria und Saab-Brat. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber wahrscheinlich sehen wir uns zweifelten Gesichtsausdruck. Düm, 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 düm. Ja, ein freundliches Haiho kam gerade zurück. Alter, hier oben ist auf jeden Fall erst mal pottenwarm. in meiner geistigen Verwirrung habe ich jetzt gerade auf Diablo 2 geklickt. Ich mache das mal wieder zu. Äh, wo haben wir es denn in Dark Guild Wars? So, wir wollen in die Gildenhalle reisen. Das mach mal. Ja, also ich, äh, mach hier schon mal den an. Ich mach hier gar nix an, weil... Dann kann ich den hier schon mal groß machen. Ich hoffe, du redest von In-Game. Ja, sicher. Okay. Nur ne Frage. Soll ich sag mal Prost, ich hab hier unheimlich hochqualitatives Dosenbier heute. Meier. Heineken. Hm? Ne, äh, Holsten. Holsten aus der Dose. So richtig, äh, total toll. Äh, ja, da kann ich nicht mithalten. Ich geh jetzt in meine Küche rum mit noch mal ein Lübser aus der Dose. Lübser. Ich trinke die doch... Ja, das ist auch so, da an der ganzen Geschichte ist ja nun wirklich, äh, ich bin ja wirklich bekennender Dosenbier-Möger. Ich hatte jetzt, äh, letztens... Möger vor allem. Ja, also ohne Scheiß. Ähm, was hatte ich jetzt letztens? Pilsen im Urquell. Ähm, ganz normalen Kasten gehabt, ne? Hat auch nicht so viele Umdrehungen. 4,4 Prozent oder irgendwie sowas. Also richtig, in meinen Augen richtig, richtig geiles Bier. Ist Flaschenbier. Ich mag es auch wirklich gerne. Aber ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nicht warum. Also ich finde irgendwie Bier aus der Dose, warum auch immer, finde ich irgendwie geiler. Genau wie Milch aus dem Glas. Finde ich auch irgendwie besser als, äh, aus der Tasse. Ja, ich bin Milchtrinker. Oh mein Gott, der hat sich als Milchtrinker geoutet. Äh, äh. Ähm. Oh. Martina ging vorhin an ihr vorbei. Und ich bin dann an ihren Klamotten hängen geblieben. Und ich sag so, ey, tut mir leid, ich bin hängen geblieben. Und sie, ja, vor ein paar Jahren. Und ging weg. Der war nicht schlecht. So, was hab ich denn hier für eine Waffe? Feuerstab. Okay, den. Äh, ich wurde gerade gefragt, wie lange streamen wir schon Guild Wars. Also Guild Wars streamen wir jetzt ungefähr seit, ähm, zwei Jahren. Über einem Jahr. Seit zwei Jahren. Wir haben nämlich vor, äh, also wir besitzen alle, ähm, Guild Wars Teile. Jetzt hier, ich meine jetzt, äh, Prophecies, Factions, Nightfall, I of the North. Und, ähm, wollen die am Stück durchziehen, ähm, in regelmäßigen Abständen. Wenn die regelmäßigen Abstände jetzt weiterhin so eingehalten werden, dann werden wir wahrscheinlich aufgrund von Altersschwäche es nicht schaffen, äh, alleine schon Prophecies fertig zu kriegen. Nein, wir wollen... Wir haben doch nur, äh, ungefähr 18 Monate Pause jetzt zwischendurch gehabt. Ja, man muss sich aber auch ausruhen. Selbst mein Vater hat schon gesagt, wer auf Erholung verzichtet, untergräbt seine Leistungsfähigkeit. Das ist nun mal so. Stimmt. Ja. Dann sind wir alt, ne? Und außerdem war auch Wetter und... Ja. Montage. Wir sind alt. Ja, ja, ist so. Nee, also, wir wollten das ursprünglich durchziehen, hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Ja. Und heute kamen wir dann auf die Tür. Aber wir sind stets bemüht und, äh, gesellige Typen, deswegen versuchen wir es gleich, äh, nochmal. Ja. Alter, es hört immer wärmer, 28,3 Grad. Darf ich bitte hinten meine Tür aufmachen? Ich mach das einfach mal. Whatever you want. So, wir können gleich loslegen hier. Ich bin eigentlich schon in-game, nee. Ja. Mal zu. War noch nicht bei uns, oder? Du in der Gildenhalle stehen. Das ist so scheiße warm, wenn der Rechner irgendwie anfängt hier. Aber wir sind, äh, auf der Map. Wir sind nicht in der Gildenhalle. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. Ich kann hier noch nicht so viel anklicken. Äh, du musst mal auf der, äh, wie war denn das mit dem Reisen noch? Äh. Ich kann das mal erst mal. Also, ich hab jetzt Map aufgemacht hier. Und dann kann ich nur Kaiser-Hinsel anticken. Mehr kann ich nicht anticken. Ja, du musst ja auch nicht über Map gehen. Wie war denn das nochmal? War das mit G? Nee. Doch. G? G kannst du in die Gildenhalle reisen. Okay, das ist... Unfall, unverlassen. Ah, auch unverlassen kannst du da auch, ne? Ja, und dann kann ich hier irgendwie, weil die Waldfrau an nichts liegen, oder was? Nee, kann ich nicht. Dann kannst du aber wahrscheinlich auf Map gehen und du musst, äh, nach... Oh Gott. Bantumor verlassen. Äh, Sadelec, äh, Santorium. Äh, äh, das ist südwestlich von der Stadt Ascalon. Ach du Kacke, ich bin am Grenztor. Du bist ja im Grenzbereich, das ist ein Unterschied. Ähm, nee, wir haben Guild Wars früher, also auch wirklich, ich glaube, Prophecies haben wir auch, äh, in der Gruppe richtig durchgespielt. Hat auch Tiere Spock gebracht. Und, ja, Nightfall und den ganzen anderen Kram, ganz ehrlich, irgendwann Anfang Nightfall, ich sag mal so, vielleicht 20%, 25%, da haben wir dann abgebrochen. Mein, äh, Lieblingsschwager, der hat dann noch Nightfall und ich glaube auch noch, dass, äh, nee, warte mal, Factions war das, Factions haben wir abgebrochen. Und Nightfall und Factions hat er noch durchgezogen und wir wollten jetzt einfach nur mal, das Spiel war geil, kann man heute noch problemlos richtig gut zocken. Und, ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir das hier machen. Wo seid ihr? Fort Rannik? Oder wo seid ihr? Äh, wo muss ich hinreißen? Oder Meppel, ähm... Sek... nee, Sare... was? Sadelec, äh, Santorium. Äh, Ascalon, südöstlich. Ja. Okay, ich geh mal statt Ascalon, weil ich sehe, das ist nicht, was jeder sagt. Äh, südwestlich meinst du? Äh, ja, Entschuldigung. Osten ist die andere Seite. Ja, 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 ja. Da, wo zum Beispiel auch Ostgrenze steht. Ja, ich, ich, äh, sitze aber gerade verkehrt rum auf dem Stuhl und gucke in die andere Richtung, also somit... Ach so, ja, denn... Ja? Ja, kann passieren. Ich reiß erst mal nach Ascalon. Puh... Das ist die Frage, wo muss ich jetzt hier raus? Was sagt Gott? Äh, südwestlich. Ach, nee. Ist ja die Sonne, die... Äh, die ist ja nicht kalt. Warte mal. Aber wo ist der Südwestausgang? Große Frage. Und unten links. Jetzt kannst du da deinen Grün... Äh, Grüns... Äh, Grünschen runter machen. Äh, ja, könnte ich tun, aber... Ach, nö. Westlich, das könnte hier sein. Theoretisch. Weil die Softbox mal anders einstellen. Irgendwann mal. Jetzt Richtung... Richtung Süden zumindestens. Kann man hier rausgehen? Kann man halt... Aber das ist doch eigentlich auch da unten gewesen sein. Wir haben doch zum Schluss zusammengespielt, oder nicht? Eigentlich auch. Dann weiß ich auch nicht. Kriegst du, ähm... Alt-Ascalon angezeigt auf der Karte? Nein. Stadt-Ascalon. Ja, und links. Alt-Ascalon, aber da kann ich... Alt-Ascalon kann ich nichts anklicken. Ja. Und, äh, ein Stück da drunter ist halt, äh... Wenn du auf einer Map bist, wenn du auf einer Map bist, äh... Du siehst Ascalon, ja? Da bin ich gerade, ja. Gut, okay. Äh, was siehst du? Siehst du oben den Pietenplatz? Das sehe ich auch, ja. Siehst du unter dem Pietenplatz, äh... Auch noch ein bisschen weiter südlich, äh... Von Ascalon, äh... Sardar-Leg, irgendwas? Nein. Gut. Siehst du, äh... Nord-Östlich von, äh... Ascalon, Ruinen von Sumira und das Grenztor? Grenztor sehe ich, ja, aber Ruinen nicht. Gut. Äh, ich würde persönlich vorschlagen, wir gehen zum Grenztor und machen die Ruinen, klar. So. Okay, dann reise ich jetzt zum Grenztor. Ja, ich... Ich wollte da raufklicken, aber... Ah, jetzt. Na gut. So, ich bin am Grenztor. Ja, check. Dito. So. Oh, ich hatte Theothermisch stehen hier. Da ist der alte Monk. Der alte Monk, sagt er. Dann lad mich mal ein hier. Nee, so wie du auch mal siehst. Da ist der andere. Gary, Gary, guck mal. Guck mal, was ich kann. Na? Ich sehe nix. Oder warte mal. Wie war denn das mit Z? Nee, Z war es nicht. Enter, ne? Äh... Ah, Dancing. Striptease noch. Striptease fehlt noch. Die habe ich doch gerade. Oder nur... Ja, für dich ist es richtig oben rum, ne? Ja. Oben ist auch wichtig. So. Äh, halt! Eddie, zurück! Äh, nein. Äh, wir brauchen noch irgendwie eine Gruppe. Machst du die, oder? Ich bin schon in der Gruppe, glaube ich, jetzt, oder? Nee, sie ist auf der rechten Seite. Jo. Warte, warte mal. Nehmen wir noch... Da sind ja die Gefolgsleute. Ja, aber... Wollen wir denn noch? Äh, Olam ist Heiler, ne? Also Heiler brauchen... Eigentlich... Heiler können nie schaden. Nimm einen weiteren Heiler mit. Klick uns an. Lad uns mit ein. Alles gut. Wir sind zur Vierten und das... Ne? Passt das. Also ich habe nicht so viele Heiler. Zeit, eine Genesung habe ich. Spinde reinigen. So, und dann nehmen wir noch, äh, einen Krieger oder sowas mit, ne? Oh je, Stefan, der alte Kämpfergefolgs, Mann. Geht gar nicht, kann nur vier mitnehmen. Aha. Ich sag dir wirklich, ganz, ganz ehrlich. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf Schlag alles wieder hinbekomme, ne? Das ist, äh, schon wirklich ein bisschen... Ja, ey, ey. Ich auch nicht. Ich sag von außen, dass ich... Mal doch... Mal doch erstmal Brüste auf die Mini-Karte. Ich male keine Brüste. Ich habe ein Smiley gemalt. Ich fühle mich sehr was aus wie Brüste. Das wäre ein Brüste. Ich glaube, Brüste und Pimmel sind, glaube ich, äh, das, was am meisten da dran gemalt worden ist. Vielleicht auch irgendwie ein Hakenkreuz, aber... So, jetzt müssen wir da rauslaufen, oder was? Ja, ist doch so. Aber warte mal, wenn Betty rauslauft als... Obwohl, eigentlich muss nur einer laufen und dann müsste der Rest hierher kommen, ne? Das funktioniert schon ganz gut. Na toll, dann geh mit der Tierchen. Der Tierchen. So, irgendwie ging das. Ich muss aber nur mal wissen, wo müssen wir denn hin? Irgendwie ging das... Eigentlich müssen wir nach Alt-Ascalon runter. Ich... Warte mal, wenn ich nach, äh... Batsi-Bumsi hinreise... Reisen wir... Ne, dann reisen ist immer einzeln, ne? Ja. Das ist ja... So rein theoretisch müssen wir ja jetzt runterlaufen. Oder wollen wir die Ruinen machen? Ja, die Ruinen, warum nicht? Wollen wir hier irgendwie noch andere... Wir sind am Anfang des Spiels. Wann... Wo konnte... Wann denn die Mission? Wie viel, Niki? Irgendwo kannst du das Questbuch anzeigen lassen. Äh, irgendwie noch hoch. Und jetzt noch ein Nerven. Dude, man, this guy will definitely suck. That guy will kill me again. Woah, man. So much I don't want to lose. Oh, man. We're not going to kill you, man. I'm going to kill you... ...but you don't want to die. Dude! Oh, man. Alles klar, oder? Ja! Danke! In den Nebenkissen sind die ungewachtig, ne? Außer, äh... Kannst du mal... Oh? Nein, ja, alles gut. Ich muss jetzt grad einfach nur mal die Runde überlegen. Ähm... Ich bin... Also jetzt ohne Scheiß, ich muss einmal wirklich wieder ein bisschen klarkommen mit dem Scheiß da unten drin, ne? Ich werde mal klarkommen, was so viel ist. Ich werde für die Belohnung zurück. Ich werde auch gerade angewiesen. Wo seid ihr denn? Ja, alles gut. Oh, das ist ein Volk. Oh, das ist ein Volk. Oh! Oh! Können die Belohnung sterben, aber ich weiß nur die Gültreide. Ich bin, äh, hierhin. Joa, das war doch ordentlich. So, MS-Karte, also da lang. Das wäre voll Knorkel, wenn du auch kommen könntest, Betty. So, hier lang. Hier was fallen lassen. So lang? Da. Hier. Ach, lass sie ziehen, oder? Ne, warte mal, ein bisschen. Ui, da kommt der, da kommt der Nächste. Irgendwie aber irgendwas kommt. Der Butze ist wieder da. Der Butze ist wieder da. Richtig. Dürch. Wir haben das Stream an, Butze. Ich weiß, ich gucke ja die ganze Zeit schon hin. Das ist ja das Chaos mit dem Hersteller. Ey, Alter, wo seid ihr denn? Hier. Nach oben. Wir sind nach Norden gegangen. Richtung, ähm... Richtung Wissen. Und nach Quersburg müssen wir da gar nicht hin. Ah, ich droll doch. Wir haben doch gesagt, wir wollen die Bisschen doch eigentlich. Oh, ja. So ist Bisschen ja auch eigentlich. Wenn du Kämpfe mit Serena zu greifst, dann, äh... Nightflame geheilt. Das ist irgendwie mit dem... Wir müssen weiter hinten stehen. Juhl. Das ist ja. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, hab ich nie erzählt. Die werden die ganze Zeit hochgehalten. Wir müssen... Wir müssen die Heilerin gerade machen. Ja. Lass mal auf den Link zuerst gehen. Tot. Ja. Ja, wie gesagt. Du... 100 Millionen Jahre her. Da darf man auch mal ein bisschen... Ne? Ja. Ja. Ja, der ist ganz lieb. Da ist auch ne ganze Menge hier gerade. Ich bin grad dabei, ich wollte abhauen, aber ich merke, das ist ein Sack, das ist ja nicht. Cool. Okay, ich liege. Das war's. Was ist denn? Hold up. Okay. Kannst du mich irgendwie wiederbeleben? Natürlich. Sehr gut. Kannst du ihn wiederbeleben? Hast du ein Siegel? Ja, sauber. Mach ich doch mal. Lass uns einfach einen Heiler raussuchen und auf den gehen wir. Ich würde vorschlagen, den ganz rechts, der sich jetzt hier gerade abdukt. Weißt du? Ja. Ganz rechts und jetzt alles, was man hat, drauf da. Ja genau, jetzt den nächsten. Die anderen können es jetzt mal am Arsch lecken. So. Da ist es. So. 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 So, so. 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 es ist die große frage wo ist der hin und dann hier bei den macht die hier hier ist noch was Hörber, die geht los. Gammes, herren! Tot! Hör auf die Pass. Heide andere Hörber. Und Maturzaffer. Ja. Heide andere Hörber. 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 Oh, 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 oh. Und schon war das Zentimeter hier nur noch, die 26 tun das verließe ich. Priscilla hat die Lage. Jetzt muss einer das gucken. Äh, hallo Guju. Was, Guju? Jo, warte. Ich sag mal, hallo Guju. Oh! Ich will keine Rune der Heiligen, äh, Siegel der Wiedervolle, leider. Du kriegst nachher normalerweise Skills, um, ähm, allgemein immer wieder beleben zu können als Monk. Ja, aber ich bin Level 8 oder so. Du, lass mich liegen. Ich hab, ähm, irgendwo gesehen, wo du durch so ein Tor gehen kannst. Ich glaube, das ist auch schon die Missy. Und in dem Augenblick, wenn du durch ein Tor gehst, dann bin ich eh wieder am Leben. Meine ich zumindest. Ja, Benni, geh mal vor, du weißt, wo's lang geht. Ach, weiß ich. Ah, mit Leertaste war das, glaube ich, ne? Hinterherlaufen. Ich glaube, R war das, oder so. Oder einen Doppelklick auf den Namen machen, oder irgend so'n Scheiß. Äh, läuft schon. So, nach vorne ist das Fizzle-Tor, genau genommen könnt ihr dann einfach durch, dann. Und das geht mal schnell. Ja, ja. Der, der jetzt hat, äh, Alamon, war sauber. Alles gut. So, geh ich mit Betty nochmal ne Heilung hier. Betty kriegt die Heilung. Endlich ist der Tripper weg. Ja, da hab ich auch noch was für. Was für Tripper? Den, äh, Zuständige reinigen. Ja, den Zustände reinigen. Ich hab da noch was über, die letzte Salva. Oh, herrlich. Der Schuss fängt nicht an. Hä? Kann ich mit dem Alpten immer rausgehen? Aber, was die eigentliche Kugel ist. Irgendwann ist einfach nur... Sorry. Kommt wieder. Ohne Scheiße. Renn los, dass du alles nachkriegst. Was du dann kannst. Ne, ach jetzt. Jetzt. Renn los. Ist das mal ein Fuzzletor? Ne. Warte mal, ich versuch dich mal zu lenken. Oh Gott. Ähm. Also, wenn du stirbst. Ja. Fuzzletor siehst du auf der Minikarte. Rechtsrum, rechtsrum. Ja, ich weiß. Allein Fuzzletor, das sie jetzt immer noch so nennen. Das haben wir es früher mal genannt. Mit früher meine ich vor. Wir haben 2017, ne? Zehn Jahre her. Leck mich am Arsch, ey. Ich bitte.